Weiß Schäfers wieder beim Aschermittwoch, ne? Nur die Kanzlerin, die tritt da ja auch auf in ihrer Heimat, die Kanzlerin hat im Aschermittwoch völlig daneben gehauen und über ernste Themen geredet. Es folgt der unpassendste Tusch in der Geschichte der Aschermittwochstusche. Nicht von uns bearbeitet. Wir werden es nicht zulassen, dass andere unsere Werteordnung kaputt machen. Gerade nicht werden wir das den islamistischen Terroristen durchgehen lassen. Ja, ist doch genial. Ich sage Ihnen, das hat Zukunft. So kriegen Sie alles aufgehübscht, alle schlechten Nachrichten. Kinder, ich habe eine traurige Mitteilung, ich habe eben Bello überfahren. Hört auf zu heulen, das war lustig.